Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ich hab letzte Woche nicht gestreamt, weil ich da von meinem Freiwilligendienst auch aus Seminar war. Und diese Woche ist auch ziemlich knapp geworden, weil diese Woche irgendwie alle in meinem Umfeld Geburtstag hatten oder sonst was. Aber ich hab's doch noch geschafft. Wir sollten mit Tali reden, zumindest hat mir das Kelly gerade gesagt... Ja, sei ruhig. Ähm, wo ist Tali? Hier ist Tali. Und was immer sie auch will, ich würde sagen, wir machen das auch. Denn es ist Tali. Shepard, ich bin glücklich, dass du hierher kamst. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe gerade ein Messer von der Migranten-Fleet bekommen. Der Admiralty Board hat mich von Tränen verabschiedet. Ich bin schaust, Shepard. Was? Niemand, der dich kennt, könnte dir glauben, dass du deine Leute betrachtest, Tali. Und was jetzt? Was ist passiert, wenn Aquarian von Tränen verabschiedet wird? Es ist ein Gespräch, mit Mitgliedern des Admiralty Board, die als Juden verabschiedet werden. Mein Vater ist ein Admiralty auf dem Board. Er muss sich von der Juden verabschieden. Ich kann gar nicht vorstellen, was er jetzt denkt. Die Verabschiedung für Tränen ist Exile. Wenn sie mich verabschieden, kann ich nie zurückkommen. Wie oft passiert sowas? Wie oft ist jemand von der Flüte verabschiedet mit Tränen? Es ist rar. Es muss sein, was die gesamte Flotille verabschiedet, nicht nur ein Schiff. Der größte Erlebnis war ein Noravanya Vassalani, ein Enginieur, der Flüte-Defensschematik zu den Batterien verabschiedet hat. Sie hatte gute Intentionen. Die Batterien wurden verabschiedet, um unsere Systeme zu verabschieden. Aber sie verabschiedeten die Defensschematik zu einer Piraten-Gang. Was ist aus ihr geworden? War sie verabschiedet? Nein. Sie hat eine Suicide-Runde auf der Piraten-Gang gemacht. Sie hat sie verabschiedet, bevor sie die Flüte verabschiedet. Sie wurde verabschiedet. Sie verabschiedet. Wir hoffen, dass ich nicht meine Innoissance so beobachten muss. Okay. Lass uns die Flotille finden. Ich ging zum Beispiel auf ein anderes Schiff. Ich dachte nicht, dass es Zeit wäre, für Sie zu helfen. Danke, Shepard. Ich wollte generell mal in dieser Aussession auf jeden Fall mal ein paar Loyalitätsmissionen noch machen. Und vielleicht auch noch den Overlord DLC. Wo wir dabei sind. Ich bin mir nicht sicher. Ich suche nach einer... Nach einem Sturmgewehr. Dem Renovant. Aber ich weiß gerade nicht, wo man das herkriegt. Den Eichhörer ist einfach ziemlich sinnlos. Das Ding brauchen wir noch. Das ist auch sinnvoll. Medige Kapazität Medige benutze ich gar nicht. Sturmgewehrschaden ist auf jeden Fall sinnvoll. So. Das lassen wir mal. Das war's wohl. Dann... Auf zur Migrantenflotte. Overlord. Wo ist denn? Da. So, ich würde sagen, Gareth wäre am besten, weil er war ja auch... Ne, er kennt... Er kennt Tali. Also sollte er auch bei der Verteidigung helfen. Ähm, was haben wir noch? Schockwelle, Krühe Munition. Schockwelle ist eigentlich sehr sinnvoll. Das ist Tali-Zora, Vasnima Naraya. Deria, nachdem Sie die Dwechsel für den Raya des Herzens des Herzens des Herzens des Herzens des Herzens. Nachdem Sie es an der Sieghehchen, unter den Südbüren, Spielen. Nachdem Sie zur Lichtmutter des Herzens 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 des Herzens. Ich komme auf den Seele des Herzens des Herzens des Herzens des Herzens des Herzens. Langst du dir zurück. Wовыхann, Tali-Zora. Kapitän Sheffam, Tali Zorva hat mir viel über dich erzählt. Ich wünsche, dass wir unter mehr liebsten Umständen treffen können. Was wirft an Tali vor? Was jetzt? Ich glaube, dass ich Tali Zorva unterteilt habe. So, Tali. Du bist in diesem Schiff, bis dieses Trial ist vorbei. Danke, Kapitän. Die Präparation sind in der Pflege, sobald du gekommen bist. Die Gespräche sind in der Gartenplaza gehalten. Glückwunsch. Sie klingen ja sehr optimistisch. Tali Zorva was Normandy. Wo ist das Problem? Sind Sie beim Prozess dabei? Du bist ein Admiral. Das bedeutet, dass du ein von den Juden bist? Ich bin Angst, nicht. Meine Geschichte mit Tali und ihr Vater hat mich zu verabschieden. Ich dachte, Vater hätte das gleiche tun. Du siehst, Tali, Tali. Für meine Rolle, ich moderiere und versuche, dass die Regeln der Protokolle folgen sind. Aber ich habe keine Verteilung im Juden. Ich denke, wir sollten beginnen. Tali hat eine Kanzlerin? Wer spricht für ihre Seite? Wahrscheinlich ist sie, Captain Shepard. Sie ist jetzt ein Teil von deiner Kruppe, erkannt worden durch die Quarien-Law. Und erinnere dich, ein Verabschiedler ist immer von seinem oder ihrem Schiff der Kapitän. Also, würdest du eigentlich für meine Befreiung sprechen? Natürlich. Ich werde alles in meiner Macht machen, um dich zu helfen, Tali. Danke, Shepard. Ich konnte nicht einen besseren Kanzler fragen. Unsere Regeln der Regeln sind einfach. Es gibt keine Regeln der Regeln oder politischen Lüpholzen, für dich zu beschäftigen. Erzähl die Wahrheit wie möglich. Es wird genug sein. Jetzt komm. Ich versuche, dass ich nicht verlassen werde. Ich versuche, dass wir uns nicht verlassen können. Ich versuche, dass wir uns nicht verlassen können. Wir haben uns unterstützt und ermöglicht uns zu erreichen, zu erreichen. Wir töten uns ein Lied. Wir töten uns ein Lied. Die Beobachtung, Tali Zoravas Normandie, hat sie mit ihrem Kapitän zu retten, um sich gegen die Verpflichtung zu retten. Objektion! Ein Mensch hat keine Ahnung, an einem Beobachtung, um so zu verletzten, um solche Militärs zu verletzten. Dann sollte man nicht die Tali Crew der Normandie auf Mürkorrisen beobachten. Bei Rite, als Tally's Captain, Shepard muss bleiben. Objektion, mitzuhren. Shepard Vass-Normandie, Ihr Crewmember Tally Zora stands accused of treason. Will you speak for her? If it helps Tally, I will. But in her heart, she remains Tally Zora Vass-Nima. A proud member of the Migrant Fleet. I regret that our Captain is forbidden to stand at her side today. Nobody has been forbidden from anything. It is a simple... Lie to them if you must, Zalkoris, but don't lie to me and expect me to stay silent. The human is right. Admirals, please. Shepard's willingness to represent Tally Zora in this hearing is appreciated. Tally, you're accused of bringing active guests to the Migrant Fleet. What say you? She had it not done. She is unschuldig. Tally would never endanger the Migrant Fleet. She pleads not guilty. I left parts and technology for teams to pick up. My father ordered me to do so. But I would never send active guests to the Fleet. Everything I sent was disabled and harmless. Then explain how Geth seized the Lambschip where your father was working. Oh. What are you talking about? What happened? As far as we can tell, Tally. The Gath have killed everyone on the Alarai. Your father included. What? Oh, Keela. Wir müssen was unternehmen. I appreciate the need for this trial, Admirals. But right now our first concern must be the safety of the Migrant Fleet. The Normandy stands ready to assist in whatever capacity necessary. Thank you. Quarion's strike teams have attempted to retake the ship. So far, without success. Shepard, we have to take back the Alarai. The safest course would be to simply destroy the ship. But if you are looking for an honorable death instead of exile... I'm looking for my father, you Boshtet! You intend to retake the Alarai from the Geth? This proposal is extremely dangerous. I'm here to help, and I'm good at killing Geth. Then it is decided. You will attempt to retake the Alarai. You are hereby given leave to depart the Raya. A shuttle will be waiting at the secondary docking hangar. Be safe, Tally. This hearing will resume upon your return. Or upon determination that you have been killed in action. Thank you for agreeing to take back the Alarai, Shepard. The Admiral sounds sure that my father is already dead, but... I don't know. We won't know anything until we get there. All right. How are you holding up? They just threw a lot of fire at you. Even before telling you about your father. I knew this would be bad, but I guess you're never really prepared to be charged with treason. And my father, I don't know. He could still be alive. They don't know for certain that he's dead. I just don't know, Shepard. And I need to find out. Let's go. Is it actually normal, that man auf Quarianer-Schiffe mit Helm geht? So von wegen Keime und so? So? Loyalty to the... Call Rieger. Shepard, Tally Zora. Good to see you both. Wish you were under better circumstances. What did they get from our readings? Damnedest things, just like they said. No way the sun on Hestrum should have been acting that way. So that dark energy theory is right. That's troubling. Can't really comment on that, ma'am. How have you been, Rieger? You took a kind of a beating on Hestrum. Physical damage wasn't bad. I was down for about a week with infection, though. Figure I got off easy. I don't have to face those Admirals. We should get going. Good luck on the Alarai. Stay safe out there. Oh, hey, Vitor. Shepard? How did you get onto the Raiya? Shepard is here to help me with my trial. Oh, yes. I heard about that. I hope you didn't really do what they said you did. No, Vitor. I would never endanger the fleet. Oh, well, good. So, can I help you with anything? I mean, probably not, but you help me. Ist seine Pilgerreise jetzt eigentlich abgeschlossen? Take care of yourself, Vitor. Not many could have gone through what you did and come out insane. I know. I didn't. But thank you, Commander. It's only because of your help that I've come this far. Ich meine, er hat Informationen über die Kollektoren gehabt und er war schon vorher etwas instabil. Ich glaube, ihn nochmal für eine Pilgerreise rauszuschicken, wäre einfach verantwortungslos. Warum bitte nicht? Moment, wir waren aber da sekundären. Er ist da drüben, ne? Ja, das sieht gut aus. Moment. Ich glaube, dass Sie Tally's captain wissen, wie Sie eine Kurkunde haben. Ich verstehe, dass Sie die Gefängnis glauben, dass Sie glauben, dass Sie die Gefängnis glauben glauben. Ich bin froh, dass ein von den Juden ist. Wenn Sie nur die Räylen inaktiviert werden, um die Gefängnis zu testen, haben Sie keine Probleme. Wir müssen die Gefängnis zu testen, gegen die Gefängnis zu testen. Ich weiß Sie und Ihr Vater. Sie haben zu viel von Ihnen in diese Flucht, um zu tun, um zu verabschieden unsere Sicherheit zu machen. Und Sie sind beide sehr smart genug, um nicht zu machen, wie die Gefängnis zu machen, wie die Gefängnis zu machen. Vielen Dank für die Information. Ich bin da drin, Kind. Danke, Admiral. Und was ist mit ihm? Judging von Ihrer Möglichkeit, mit einem Publikum zu spielen, Mensch, habe ich Tally ein favorit, indem ich Vas-Nima von ihrem Namen verbrechen habe. Commander Shepard, das ist Admiral Zalkoros Vas-Quibquib. Geh nicht über den Namen. Ich nehme keine Freude in dieser Tally, wirklich. Aber Sie haben uns sehr gefährlich und unsere Flucht verhöhnt. Was? Quibquib? Du hast ein Schiff namen Quibquib? Oh, hier geht's. Als ob das so schwer ist. Ich meine, ihr seid Quarianer. Ihr seid auch... Ja, die Quarianer haben echt... Es ist auch echt solche Technik-Experten. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das so schwer ist, die Schiffsregistrierung zu ändern. Das war bestimmt eine Anspielung auf irgendwas, aber ich weiß ja echt nicht was. Wow, das ist genau der gleiche Satz wie vorhin auch. Tally Zora Vas-Nima. Oh, sorry. Ich meine, Vas-Normandine. No offence taken. Die Veränderung in name war nicht mein Wahl. Per Admiral Aran's orders. Der Shuttle ist bereit für Sie und Captain Shepard Vas-Normandine. Wir gehen nach den Al-Arai. Natürlich. Ich werde das Shuttle jetzt. Gut, dass die Gäht, Tally Zora. Moment, war das gerade unser Shuttle von der Normandy? Das ist aber gute Koordination zwischen Admiral Aran und Joker. Beziehungsweise... Ja, wahrscheinlich Joker, nicht Edie. Aber wenn, ich glaube, wenn die Quarianer wüssten, dass wir eine KI auf unserem Schiff haben, die würden ausflippen. Gerd Jäger? Der sieht mehr aus wie ein Gerd Verwüstung. Ach, wir müssen da wohl irgendwie rein. Achso, ja. Aber okay, er geht's in.